Schwarzer Humor ist wie ein Flüchtlingsboot. Kommt nicht immer gut an. Seitdem meine Freundin schwanger ist, hat sich einiges geändert. Ja und was? Mein Name, meine Telefonnummer und meine Adresse. Bier, Whisky, Tabak und Wein wird alles aus Pflanzen hergestellt. Ich schein wohl ein anonymer Vegetarier zu sein. Wann ist im Puff am meisten los? Das ist doch klar. Zu den Stoßzeiten, Herr Häh. Vor dem Sex ziehen sich beide Personen gegenseitig aus. Nach dem Sex zieht sich jeder selbst wieder an. Kurz gesagt, niemand hilft dir, nachdem du gefickt wurdest. Warum haben eigentlich alle 16-jährige Türken ein Oberlippenbart? Damit sie mit dem Ausweis ihrer Mutter in die Disco kommen. Warum können 50% der Männer nach dem Geschlechtsverkehr nicht einschlafen? Wer schläft, verliert. Weil sie erst heimfahren müssen. Warum mögen Blondinen Cabrios und Autos mit Schiebedächer? Wegen der Beinfreiheit. Warum sagen so viele Männer Schatzi zu ihrer Frau? Weil sie nicht zwischen Schauf und Ziege unterscheiden können. Warum sind Kreisverkehre in Polen doppelt so groß wie in Deutschland? Dass man auch mit der Lenkradsperre um die Kurve kommt. Warum verirrt sich der Henker auf dem Rückweg? Er kennt nur die Hinrichtung. Warum wurde der Blondine bei ihrem Job in der Samenbank gekündigt? Sie hat während der Arbeitszeit getrunken. Was bedeutet BMW auf Polnisch? Bad Mein Wagen. Was bringt traurige Menschen zum Springen? Na, wer weiß es. Brücken. Was haben Wolken und Chefs gemeinsam? Wenn sie sich verziehen, kann es ein schöner Tag werden. Was hat eigentlich ein Waisenkind und eine geklaute Uhr gemeinsam? Beide werden von einem Fremden aufgezogen. Was hat ein Hamster und eine Zigarette gemeinsam? Beide sind harmlos, bis man sie in den Mund steckt und anzündet. Was hat ein junger Mann und Instant Nudeln gemeinsam? Beide sind nach zwei Minuten fertig. Was hat Nemo und mein Vater gemeinsam? Eine sehr, sehr gute Frage. Ja, gerne, gerne. Beide können nicht gefunden werden. Was ist das Beste beim Daten einer obdachlosen Frau? Du kannst sie überall absetzen. Was ist das Beste beim Daten einer obdachlosen Frau? Was ist das Beste beim Daten einer obdachlosen Frau? Du kannst sie überall absetzen. Was ist der Lieblingsfilm von Waisenkindern? Kevin allein zu Hause. Was ist der Unterschied zwischen deinem Vater und einem Toten? Was ist das Beste beim Daten einer obdachlosen Frau? Dein r weren't abdachlosen Frau passiert? Das Beste beim Daten einer obdachlosen Frau?